Hallo aus dem Federheim, hier sprechen Babette und Dom. Wir brauchen ganz dringend eure Hilfe, also beziehungsweise die Kanada-Gänse in Neuss brauchen ganz dringend eure Hilfe, weil die Stadt möchte gerne im Rosengarten und im Stadtgarten die fast handzahmen Kanada-Gänse abschießen. Man muss sich das mal vorstellen, das sind Familienverbände, die auch viel von den tierlieben Neussern versorgt werden, was sie natürlich nicht dürfen, aber sie machen es trotzdem. Und da soll dann im Morgengrauen so eine Nacht- und Nebelaktion starten, dass die abgeschossen werden. Also wir bitten euch inständig, unterstützt unsere Kampagne, um dieses furchtbare Massaker zu verhindern. Tut es jetzt. Wir danken euch. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!